Es war richtig cool zu Skifahren, zu zweit in einem Team, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Es ist aber richtig, richtig lässig, das mit wem anderen teilen zu können. Es war voll cool, Österreich vertreten zu dürfen. Einfach richtig lässig, unbeschreiblich eigentlich. Es war richtig lässig. Ich habe es echt genießen können. Die Disziplin, die taugt mir. Es ist halt cool, dass wir so gut waren heute. Die Leistungen waren sensationell. Ich möchte allen gratulieren. Was mich aber ganz besonders gefreut hat, ist dieser Teamspirit. Das ist genau der Spirit, den Olympia ausmacht. Ja! Ja, ganz toll. Es freut mich speziell für unsere Mannschaft, für das Team, für den Teamspirit, der übrigens sehr gut war die ganze Woche, dass es so gut ausgegangen ist. Mit drei goldene, zwei silberne Bronze. Das ist eine ganz tolle Leistung unserer jungen Athleten und Athletinnen. So hätten wir nicht gerechnet sicher, aber es waren richtig starke Spiele. Mit dem Selbstvertrauen kann man, glaube ich, jetzt weiter Skifahren. Es sind unglaubliche Erfahrungen. Die Veranstaltung ist so cool. Alle Menschen sind so nett. Es ist einfach richtig cool, da dabei zu sein. Und dass dann auch nur drei goldene geworden sind, ist einfach eine Draufgabe, was mich einfach nur glücklicher macht. Also echt Wahnsinn. Ja, also die Bronze, die war mir auch richtig viel wert. Und da da jetzt nochmal ein Goldenein, dass es da draufgekommen ist. Also die taugt mir richtig. Es ist ein guter Lernprozess und deshalb finde ich diese Spiele wie E-Off oder Jog auch ganz, ganz wichtig. Sie müssen wissen, das ist nur der Startschuss jetzt für Sie selber. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und wenn Sie dranbleiben, werden Sie das Ende der Fahnenstange mit Sicherheit erreichen können. Man muss aber immer am Boden bleiben. Natürlich waren das jetzt gute Erfahrungen, aber jedes Rennen fängt von neu an. Es geht immer ums Gleiche, gut zu Skifahren. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich den Weg weitergehen kann und einfach das alles genießen darf. Und das Skileben, das ist einfach genau meins und das taugt mir einfach richtig. E-Off Vielen Dank.